hallo ich möchte heute mal einen kleinen einstieg in das rendering mit der software blender geben hier sehen sie bereits ein projekt das wir früher in diesem kurs mit 3d modelliert haben mit der software rhino 3d und diese geometrie die wollen wir jetzt rendern also dem ganzen der materialität geben und so eine fotorealistische darstellung wie wir es hier sehen erstellen dazu starte ich jetzt als erstes mal blender das können sie kostenlos herunterladen sowohl für den pc als auch für den mac und hier gehen wir dann als erstes wenn noch keine datei geöffnet ist und öffnen neue datei new general zum beispiel in der datei befindet sich automatisch eine kamera ein cube würfel und eine lichtquelle die können wir aber auch einfach löschen dann hätten wir jetzt ein komplett leere szene mit der funktion import können wir jetzt verschiedene 3d formate importieren ich benutze hier das colada format und importiere ich jetzt eben aus den bereits erstellten 3d dateien die geometrie von diesem magic center ja das sehen wir jetzt aus reino kommen zum beispiel auch bereits kameras hier mit in die szene die können wir wenn wir sie nicht benötigen auch löschen vielleicht auch noch einige teile die wir da modelliert haben die wir auch nicht benötigen können wir auch alles auswählen und löschen und ja mit der navigation müssen sie sich vielleicht auch vertraut machen ich benutze die mittlere maustaste um zu bitten um dieses modell und wenn ich dazu die shift taste halte kann ich hier pernen also das ganze verschieben und mit dem mausrad kann man dann hinein und heraus zoomen und sich jetzt so eine position suchen eine perspektive suchen die uns gefällt gut als nächstes geht es jetzt eben um zwei themen einmal eben die materialität und zum anderen diese belichtungs beleuchtungseinstellungen und was die beleuchtungseinstellungen betrifft das funktioniert hier auf der rechten seite über diese welt eigenschaften zum einen in den welt eigenschaften müssen wir jetzt praktisch eine lichtquelle einstellen und das funktioniert hier über diesen color parameter und unter dem color parameter da wähle ich eine sogenannte sky texture das ist also hier dieses himmels modell und wir sehen hier schon da gibt es jetzt zum beispiel parameter wie die sun elevation das ist also eben der neigungswinkel der sonne 15 grad wäre jetzt hier ein sehr flacher sonnenstand sehr früh morgens sehr spät abends und die rotation ist eben 0 grad da können wir unser norden einstellen allerdings sehen jetzt hier direkt eine meldung sandisk ist not available in evie und das heißt wir können hier moment nicht sehen wie diese himmelstextur jetzt belichtung und und schattierung in diesem modell erzeugt weil wir dazu erst den renderer verändern müssen denn da gibt es verschiedene in blender hier gehen wir zu den sogenannten render properties das ist hier diese kamera und dort ganz oben finden wir jetzt den aktuell eingestellten renderer evie das ändern wir jetzt hier zu dem renderer cycles der ein ja anspruchsvollerer cpu renderer ist und der aber dafür auch langsamer ist also kommt immer darauf an was man damit vor hat oben rechts im viewport haben wir verschiedene darstellungsmöglichkeiten von der drahtgitter darstellung über schattierte darstellung bis hin zur gerenderten darstellung wie in den meisten crd programmen und diese gerenderte darstellung die zeigt uns jetzt eben den schattenwurf zum beispiel was wir jetzt aber auch sofort sehen ist es zu hell ja und dazu gibt es zum beispiel in diesen render eigenschaften eine möglichkeit unter dem color management die exposure dieser kamera die belichtungsempfindlichkeit entsprechend anzupassen an die szene das kann ich also mal ein bisschen zurücknehmen bis das so halbwegs passt und dann können wir wieder zurückgehen zu unseren welt eigenschaften wo wir ja den himmel eingestellt hatten und können hier zum beispiel mal mit der sonnen rotation experimentieren wir können die zum beispiel jetzt mal auf eine rotation von 50 grad stellen 30 grad und dann sehen wir sofort den effekt die sonne fällt jetzt eben seitlich auf die konstruktion das gleiche gilt hier auch für den elevation parameter hier können wir zum beispiel statt den 15 grad 35 grad einstellen hier wird auch direkt die lichtfarbe anders weil in diesem modell eben die längere distanz bei einer flachstehenden sonne durch die atmosphäre berücksichtigt wird und dabei dann einfach das licht eher rötlich wirkt wenn es einen langen weg durch die atmosphäre zurücklegt eventuell wollen wir diese färbung gar nicht in unserem modell haben sieht man auf den architektonischen renderings und dazu können wir diese atmosphärischen einstellungen eher das und also auch abschalten dann wird das ganze ein bisschen neutraler das ist jetzt geschmackssache was ihnen da besser gefällt aber diese werte hier kann man in den render eigenschaften auf null setzen und ja hat dann weniger lichtfarbe in dem modell was man auch gut nachher noch zum beispiel in photoshop ergänzen kann aber wir sind schon der schattenwurf ist hier ganz interessant und wird auch schön berechnet dann können wir jetzt zu dem nächsten schritt gehen und können uns mal ein bisschen mit der materialität beschäftigen wir können hier also verschiedene objekte auswählen und wenn wir jetzt material hinzufügen wollen gibt es hier auf der rechten seite dieses material properties icon und dort können wir jetzt zum beispiel das aktuell zugewiesene material was hier von rhino importiert wurde löschen und können ein neues material anlegen und diesem material zum beispiel jetzt in der base color hier unten eine image texture zuweisen die müssen wir dann noch von irgendeiner datei hereinladen ich habe hier eben auch in dieser übung eine entsprechende beispiel datei mal für eine holz textur ja und dann wenn wir jetzt ein bisschen weiter hinein zu mit würden würden wir sehen wie das jetzt gemerkt wurde auf dieses stück auf diese geometrie also man kann schon ein bisschen erkennen die holzfaser stimmt und das ist tatsächlich für so einen rendering extrem wichtig dass die faserrichtung zum beispiel realistisch ist die größe der textur stimmt nicht ganz das würde ich deutlich kleiner haben wollen diese maserung wir haben hier ein drei meter hohes bauteil und wir können uns jetzt anschauen wie das für dieses bauteil gemerkt wurde indem wir hier oben zu dem bereich jubi editing gehen dort müssen wir jetzt nochmal unser bereits ausgewähltes bauteil auf der drüben seite die jeweiligen flächen aktivieren damit wir sehen wie die auf diese textur gemerkt wurden und dazu wähle ich jetzt hier oben am rand die flächen face select select mode auswahl mit einer rahmenselektion die ganzen flächen unseres bauteils und dann sehen wir hier links wie diese flächen auf der textur momentan gemerkt sind das kann man hier absolut perfektionieren aber wichtig ist wie gesagt dass die faser richtung gerade bei längeren direkt im rendering sichtbaren bauteilen stimmt und die skalierung ist das zweite also wir haben jetzt hier eine textur die entspricht ungefähr vielleicht einem 50 zentimeter großen stück holz und das bauteil ist in wirklichkeit drei meter groß also können wir uns ungefähr vorstellen diese bauteile müssten ein bisschen größer sein da will ich jetzt hier die skalierungseigenschaft skalierungsfunktion und skaliert es einfach mal ein ganzes stück größer und das sollte jetzt schon einen entsprechenden effekt haben wenn ich zurück ins layout geben sehe ich dass die holzmaserung jetzt viel realistischer ist ja und so kann man das wirklich bei jedem bauteil optimieren man kann auch über die positionierung von diesen flächen erzeugen dass zum beispiel eine faser korrekt um eine ecke herum läuft oder dass eine endgrain textur also die faser richtung am ende von einem holzbauteil eine andere textur erhält als solche dinge wenn man es in einem rendering eben direkt sehen kann dann muss man das teilweise wirklich mit ein bisschen zeitaufwand richtig einstellen dann können wir wenn wir so ein bauteil mal richtig eingestellt haben dass auf andere bauteile das material übertragen also ich will hier die bauteile auf die ich das übertragen möchte dann werde ich das von dem ich es übertragen möchte und mit der funktion control l für link und dann der funktion link materials kann ich also diese materialien auf andere bauteile so übertragen jetzt habe ich hier zum beispiel ein paar wand elemente die ich nicht in dieser textur haben möchte die kann ich jetzt wiederum auswählen und für diese bauteile eben die entsprechende material eigenschaft löschen und ein neues material zuweisen und das gleiche gilt hier oben für das dach das sind glasflächen die möchte ich auch als anderes material haben ja könnten wir zum beispiel direkt auswählen diese glasflächen und der glasfläche eben auch ein neues material zuweisen dieses neue material würde dann in dem fall eben eine durchsichtigkeit bekommen das können wir über diesen alpha parameter einstellen und gleichzeitig ist das dann beim brachen das parameter eben ein sehr glattes reflektieren das material und das können wir dann direkt auch eben übertragen auf die andere glasfläche also auch dort wieder die fläche auswählen auf die wir übertragen möchten dann die von der wir übertragen möchten steuerung l link materials was hier vielleicht noch ganz nützlich wäre unter den rendereigenschaften können wir unter dem parameter film eine transparenz aktivieren für unsere szene denn oft möchte man im rendering dann nachträglich hier ein bild dahinter legen bildformate wie zum beispiel das targa format oder png können diese transparenz mit abspeichern und dann kann ich in photoshop diese bild dateien zusammenbauen zu einem entsprechend vernünftigen bild ja und wir sind schon also mit diesen wenigen schritten in wenigen minuten lässt sich hier schon ein ganz interessanter effekt erreichen im nächsten schritt müssten wir jetzt hier zum beispiel bei diesen gerade im vordergrund sichtbaren bauteilen eben jeweils und jubi editing schauen dass die texturen richtig liegen also hier hat man zum beispiel sofort gesehen diese langen elemente hier sind falsch orientiert gewesen bei den anderen fällt gar nicht so auf das heißt unter umständen können wir hier einfach alles mal um 90 grad drehen so dass die holzfaser dort entsprechend richtig rum liegt wenn wir schon dabei sind können wir hier auch die skalierung gleich noch ein bisschen realistischer machen es ist gar nicht so wichtig dass das alles perfekt auf den zentimeter stimmt aber wir wollen auf jeden fall dass die vorne im rendering sichtbaren bauteile eine halbwegs realistische textur haben das fällt einfach bei holzbauteilen sofort auf wenn die holzfaser falsch verläuft das ist jetzt also korrigiert worden und das müssten wir hier bei allen im bild vordergrund befindlichen elementen eben stück für stück machen machen okay für den einstieg belassen wir es mal hierbei vielen dank für ihre aufmerksamkeit